Das Gerät hält, hat die Arme oben. Mehr Oberkörper bewegen, genau. Dauert so lange. Und schön eindrehen, schön eindrehen. Komm, kein Tangelauf, sinnvolle Kombination. Kopfhöhe arbeiten, komm. Wo wolltest du ein Stückchen rüber schlagen? Komm, 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 komm. Halt er geht's. Die Hände bis zum Kopf zurückziehen. Sind das mit der Führhand. Hab ich schon gesagt. Die Führhand bis zum Kopf zurückziehen. Oberklo mit rein, nicht nur aus dem Arm schlagen. Die Führhand zurückziehen, ja, nicht so faul sein da vorne. Komm Schneider, komm, komm, komm. Die Führhand rüchte ich bis zur Schulter zurück. Hier nicht anklopft meine Tür, rüchte ich vor. Komm. Diese kurzen Führhand dinger weglassen. Komplette Schläge. Oberkörper, komm. Und mal rechts runter. Kinn runter, komm. Komm, weiter geht's. Oberklo und viel, komm. Und Scherlerschlag, Scherlerschlag, hör auf. Schöne ich nicht. Sehr schön, kommt hier. Hoch die Arme, hoch die Arme, hoch die Arme. Hoch die Arme. Keine Schritte. Schau mal, was Frequenz hier. Robert, hoch die Arme. Der Kopf ist höher, nicht an der Naht. Hoch. Dort oben, genau. Komm. Mehr Eindrehen, komm. Denk dran, durch die Mitte stabil sein. Komm. Komm. Aufwärtshaken mit rein nehmen. Nächste Giffrag. Locker. Oberkörper. Komm, Oberkörper mit wegen. Hüfte rein. Ja, so schön, genau. Eine Hand über den Kopf. Sehr schön, komm. Ellenbogen eng. Links Ellenbogen eng. Was machst denn du? Komm. Komm. Komm, Kopfhöhe. Komm. Die Führendrösche zurückziehen. Ja, quäle dich mal. Komm. Komm. Komm, Kopfhöhe. Zum Kopf zurück. Komm, Kopfhöhe. Komm, Kopfhöhe. Was, hein! Wir machen das. Ein Ruhiger. Die Geschwindigkeit aufnehmen! Komm, noch zweimal jeder! Wenn die Arme auch holen! Sehr schön, komm, Geschwindigkeit aufnehmen! Letztens zwei Runden, kann nicht alles gewesen sein. Ellenbogen eng, Ellenbogen vor dem Körper! Komm! Komm, letzten zehn! Letzten 15, komm! Locker arbeiten, locker und viel! Mach mal Geschwindigkeit, komm! Die Hände vor und zurück, die Linke! Und zurück! Fuck! Fuck! Fuck!